hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom pass of exile let's play ich bin jetzt mit einem templar der dann wieder guardian wird genau unterwegs und das hat einfach einen grund wir sind jetzt magier beziehungsweise dann auch beschwör also magie beschwör dass wir einfach ein bisschen weiter besser durchkommen und machen den anderen welt dann später weiter wenn wir genügend items haben spiel mit diesem mark maske genau und die zombies die machen den rest und dann habe ich noch diese das phantasma die einfach kommen wenn ein gegner stirbt bis ich glaube ich irgendwie fünf oder so habe so wir haben ja schlechte modifikatoren gehabt dieses schild bei den gegner dieses feuerschild und dadurch war einfach das nahkampf richtig ätzend ich habe dann einen bogenschützen gemacht der auf belagerungsballister später geht und ich habe da auch ein bisschen probleme gehabt mit modifikatoren eher schnelligkeit ständig gehabt unser aber es ging schon tausend mal besser und dann habe ich noch einen eine sorcerin gemacht mit necromatik bis ab zwei meter ungefähr oder ja ein drittel um entweihen zu bekommen weil das der bett braucht ihr entwei und er kriegt ihn wahrscheinlich nicht in bedarf dort also gut wir gehen jetzt zuerst mal noch einen skee holen glaube ich brauche ihn gar nicht aber ich habe den auf level zwei noch nicht frei gespielt ja brauchen wir eigentlich gar nicht also tun wir mal noch das letzte wir haben nein wir haben noch einen nicht wo ist das letzte von diesen muscheln irgendwo ganz woanders wahrscheinlich ganz im norden hier waren wir okay und dann ins nächste gebiet das hier oben ist wo wir gestern noch kurz drinnen waren aber da der gegner war genau jo und hier haben wir immer ab und dann raging spirit und danach noch absolution mit absolution werden wir zuerst einmal spielen weil das ist wirklich ein tolles spell der so drei magier skelette noch beschwört das sind ja vielleicht eher so einfach geister mager das sind glaube ich keine geister sind irgendwie aber rüstungen oder weiss nicht was genau wo absolution leute sind das sind spektralen also schon da ist naja ich weiss es nicht aber ich habe es ab und zu ein bisschen gespielt weil es wirklich einer der damage minion skills ist also wirklich beat damage macht und ja auch ziemlich krass also so g-speed vor allem und die sicherheit ist auch hoch bei der gegner schön stunt irgendwie ein bisschen ein bisschen verwirren dass ich kenne mich nicht mehr so mit dem lehner das werde mich wahrscheinlich manchmal doch ein bisschen doch hier sind richtig das ist der einzel der eine weg ja gut also ist jetzt nicht so toll heute morgen aber ich habe kaum noch zeit weil ich immer beim vater essen muss jetzt momentan bin ich halt wirklich den abend den späten nachmittag und abend nicht hier ich muss am morgen aufstehen und ja genau ich verteile es jetzt einfach so leicht wie möglich und später dann so effizient wie möglich am besten aber ich weiss nicht ob das etwas bringt wenn die gegner selten sind oder also ich würde lieber eigentlich das mit den häufigen immer machen aber sie nichts dazu kommen lassen natürlich ich denke es ist besser wenn man es bei den häufigen macht später aber wie das soll gehen weiß ich jetzt nicht jetzt nicht zu viel nach norden wir müssen ja alle gegner gehen hier so ja ja die phantasmen sind eigentlich cool aber sie sind nicht effizient genug also werden vielleicht dann später ein bisschen effizienter natürlich auch durch unix vor allem wenn das mit soul rest ist ein starb der neuer dem jenes besser macht und ja der schädel ist schon wieder hier ja hier auch noch mal ein rare ein rare skelett hinten dran wird manchmal vielleicht ein bisschen schwer sein so so genau ok gut dann gehen wir mal hier hin was habe ich hier noch gesehen ich habe irgendwas noch gesehen hm ah das ich einfach ne das ist nur ein komischer punkt ähm was haben wir gesagt wie machen wir die map bitte größer oder so hm das ist jetzt nicht mehr so genau jetzt schau äh ui karten transport karten zoom ein bisschen größer so sieht man ja auch etwas das das mehr würde ich jetzt nicht empfehlen weil es ist echt schwer zu erkennen so wo wir genau sind und so das muss ich gar nicht ne gleich groß jo ähm ich habe da noch ein Ring gefunden mit äh einem Fluchmeer den brauche ich zwar nicht hat oder akute resistenz noch drauf und so sonst habe ich noch kein einziges Unique glaube ich gewonnen ich bin schade äh wird geschwört auch von dem ihn in was gut das ging ziemlich flott habe ich jetzt oh ich hab's jetzt also machen wir einen Tastman an und spät machen wir einen Minimum Damage rein ey das habe ich nicht mit ne hat der Wenn sie drei andere Sockel haben, also die alle drei Farben haben, dann gibt es eine Färbersphäre, eine Chromatik-Sphäre. Und das will ich verkaufen, aber der hat jetzt zwei roten. Okay. So, sind es alle gewesen? Also jetzt greifen wir kleinen Schädel an, die eigentlich ziemlich gut sind. Zwar ein bisschen wenig Schaden machen, aber dafür oft da sind dann. Kann man gut beschwören und bleiben halt nicht so lange. Aber so ist das Auto eben, ist das Supran denn? Ah, okay, die Farbe ändert sich auch noch. Die Charges-Farbe. So, das hätten wir geschafft. Wunderbar. Jo, ähm, ich bin eigentlich ziemlich motiviert jetzt vor allem auch nochmals die Bogenschützin auszupacken. Also die hat eigentlich immer gut Schaden gemacht. Die ist jetzt nackt ein, äh, zwei gleich. Äh, oder gewesen, also schon gewesen. Im Lager dort das erste Mal. Und, ähm, da hab ich gedacht, ja, wird's nicht so gut gehen. Aber vor allem, jo, da hab ich halt gewisse Unix und die möchte ich mit ihr doch fahren. Ähm, Cybergeschwindigkeit ist gut, aber Anges-Geschwindigkeit ja Mana. Ne. Also, wollen wir mal schauen. Wir haben hier einen Treat equipped. Ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt zu tragen. So. Also, schauen wir mal kurz hier rein. Cyberball brauchen nicht einzusetzen. Brauchen wir mal Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr gut, hier wo ich wohl konnte ich verkaufen. Dann... Hier haben sie ein gutes Mana. Ach, ich hasse diese Mikrotranslations. Die immer reden, die ganze Zeit reden. Oder Musik machen oder so. Also, das ist Belästigung in einem Lager, hey. So, wo habe ich jetzt diesen Ring? Habe ich den in ein Unique-Fach reingetan? Automatisch. Scheinbar schon. Aber wo ist das Unique-Fach? Genau, hier ist irgendwo. Ist ein Prozent. Ja, hier ist er. Also, dann nehmen wir den noch. Und der hat eben eins zu Fluch. Ähm. Ziehen Mana pro Tötung. Genau. Das machen wir ja selber nicht mehr. Solange wir Minions haben, aber ist nicht so schlimm. Also, ja. Das Mana geht auch besser bald. So, jetzt gehen wir hoch. Wir brauchen Kreaturenschaden. Nein, wir gehen rüber und holen Mana-Regneration zuerst. Genau. Weil dort ist ja sowieso Minion live und das brauchen die Schädler jetzt nicht unbedingt. Das brauchen die Zombies. Aber, ja. Die sterben ja sowieso den ganzen Tag. Zuerst mal. Also, die werden stärker. Die werden sehr spät, aber am Anfang haben sie immer noch das Problem. Sie wollen es halt einfach nicht unbedingt fixen, oder? Dass Zombies ein bisschen mehr aushalten am Anfang. Also, naja. Der Entwickler ist halt auch ein bisschen breit auf der Brust und fixt Probleme nicht. Diese Nemesis hätten sie am Anfang so mega stark schwächen können, aber sie sind zu faul. Das skaliert halt immer noch mit dem Endgame und nicht mit dem Anfangsgame. Und, ja. Ich weiss nicht im Endgame, ob man mit dem Schäden überhaupt noch angreifen darf, wenn die Gegner die Schäden haben. Oder ob es wirklich gut skaliert, aber gar keinen Schaden mehr macht, weil ihr so zähe seid und so. Aber der macht, glaube ich, Reflekt und das Feuer Schaden. Und das hast du am Anfang einfach noch nicht. Bei Resistenz. Tja. So, dann lassen wir so. Also, hier müssen wir ja keinen Spell holen. Dann füllen wir einfach weiter. Das so viele noch spielen. Die ganze Gehte, die ist, ähm, ja, inaktiv. Aber so die Freunde, die spielen ja noch. Gute Freunde. Die kommen halt immer wieder. Das könnte man auch ausmachen, irgendwie, äh, Kriegen, oder? Ich weiss nicht, ob es geht eben, aber... Tja. Soll das gerne aus. Ich will das nicht sehen. Aber vielleicht muss ich mal noch schauen kurz. Einfach mal noch kurz schauen. So. Äh, wo ist das, äh, Mitteilungen wahrscheinlich. Freunde. Freunde ist jetzt ohne, genau. So. Dann ist es weg. Das muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, weil die sowieso eigentlich Solo-Safe-Found sind wahrscheinlich. Also viele von meinen Freunden, die sind durch die Livestreams von SFX gekommen natürlich. Und spielen Solo-Safe-Found, weil ich immer Solo-Safe-Found spiele. Also ich handle eigentlich nicht. Also ich würde es gerne versuchen, diese Season, wenn es nicht anders geht oder so. Aber ich möchte die Sachen eigentlich binden, oder? Also ich spiele die Spiele, damit ich Gegenstände finde und sie nicht erhandle. Also wenn ich etwas brauche, dringend, ja. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man es nie macht, das Handeln. Weil die Leute hier immer so mega ungeduldig sind. Also immer das so flitzschnell machen. Und dann, äh, nerven sie sich, wenn du nicht gerade auf den Punkt oder so klickst. Hier, glaube ich, links ist oder so. Oder hier rechts unten. Oder, äh, liefen dann gleich. Oder akzeptieren auch nie. Wenn sie doch schnell machen wollen, dann sollen sie es doch direkt akzeptieren, oder? Das Handeln, das Handeln, das Fenster. Aber wisst was. Ich bin einfach nicht so derjenige, der sich immer aufregen will. Auf die anderen Leute. Ja, nie handeln können, aber es ständig machen und so. So. Und danach die Webseiten. Ich kann sie nicht betreten. Das ist ziemlicher Müll. Weil es hat einfach... Ja, was soll man dazu sagen? Schwer ist, oder? Es ist etwas, was eigentlich gar nicht die Spieler machen wollen, aber müssen. Weil die Entwickler da die ganze Zeit irgendwelche, äh, ja, Limiten rein setzt. Oh, ich kann nicht so viele Gegenstände finden. Ich muss das und das haben. Und, oh. So. Es macht halt auch nicht immer Spass. Also ich fand die, äh, Hacked Slays, wie z.B. Sacred oder so, Dungeon Siege viel besser. Aber nicht, noch nicht auf diesen, oh, man muss handeln, oh, man muss mit anderen zusammen spielen und so zwingen, oder? Und das ist halt, Pass Effect sei riesig. Also ich weiss jetzt nicht, wie ich, äh, ins Endgame kommen soll jetzt noch. Ich muss Glück haben. Oder halt ein besseres Bild dann bald finden. Es gibt noch ein Bild, der ist aber noch ganz, ganz unfertig beim Roder. Ähm, dürft gerne ihn mal vortesten. Ich möchte ihn gerne dann schon spielen, wenn er wirklich genug safe ist und so. Mit, äh, Explosionen von, ähm, wie heißen die Viecher? Äh, äh, Spectres, oder? Sind die Spectres, die explodieren oder so? Also er hat explodieren lassen. Ein Warchief. Und er macht scheinbar sehr viel Damage. Und deshalb, jo, möchte ich ihn eigentlich schon benutzen. Weil man ihn auch MF scheinbar laut Titel machen kann. Aber so weiss ich jetzt das noch nicht so genau. Weil ich ja auch Red Wraiths Fire brauche. Und das ist ein Ski, das sehr viel Leben kostet. Jetzt sei aber gut. Und das ist halt auch immer schwierig, oder? Etwas kennenzulernen, wo du eigentlich gar nicht so gut kennenlernen kannst, weil du es nicht, ähm, verstehst, oder? Also, etwas komplett anderes in der Mechanik dahinter steckt. Die hat schon, ja, ziemlich schwer ist. Wie muss ich Red Wraiths Fire dann wieder ausstellen, wenn ich zu viel Leben verliere? Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe ein paar Mal schon angefangen und ich hatte einfach nie Bock dazu, Red Wraiths Fire zu verwenden. Weil, egal wie viel Lebensregnation und Leash und so, du nimmst, du wirst immer leben. Und das ist sehr viel, immer schnell. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber du darfst mir gerne einen Kommentar posten. Wie man das schnell gut machen kann, dass man kein Leben, oder nur noch wenig Leben verliert. Naja, ich verstehe es halt nicht so. Ich verstehe diese Mechaniken nicht so gut, weil ich eigentlich angreifen will und nicht irgendwie die Gegner verbrennen lassen will. Also, dazu bin ich einfach nicht gerade so der motivierte Mechaniken, schwierige Mechaniken zu verstehen. Ich bin derjenige, der Action braucht und nicht irgendwelche Taktiken. Das ist nichts. Also, schon für mich, aber... Andere Taktiken. Zum Beispiel diese Asterix oder so. Werdet ihr dann sehen, Absolution ist wirklich toll. Motiviert immer. Macht ein bisschen einen komischen Ton, ja. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ahnung beschützt ist wahrscheinlich das der richtige Stahlhaut. Also, Stahlhaut setze ich nicht aktiv ein. Das ist jetzt und wieder. So, und den Flask brauche ich eigentlich nicht so aktiv. Wieder Zaubergeschwindigkeit. Auch zu wenig Sockel. Ach, egal. Also, ich tue es ins Lager. Äh, nein, nicht den. Der da. Dann mal aufräumen, Drago. Aufräumen. Okay, jetzt muss ich noch kurz schauen. Mache noch das Ding an. Ja, für die. So, weg. Bildtool. Ich habe den falschen Bild gerade. Ich muss Azulation wieder nehmen. Also Belagerungsbelustwister habe ich dabei. Und hier muss ich wässern zu Guardian jetzt. Nicht mehr Witch. Und hier brauche ich 50 zum Maximum Live nehmen. Ähm. Machen wir nochmal auf. Äh, wie machen wir denn auf? Äh, P. Nein, P will ich nicht. P will ich doch nicht. Äh, in der Tat. Da. Ist denn P? Hallo P. Da. P. S will ich da. Und beim anderen will ich D. D. Und C ist gut. Äh, nicht belegt. Minenzünden. Äh. Nein, ich sehe auch. Es ist Minenzünden am besten. Der Knopf. Der Knopf neben dem Y. Also nicht belegt. Weißt du welche jetzt? Ja, die. Die sind alle nicht belegt. Sozial ist es nicht belegt. Ich bin nicht sozial. Also wie müssen wir jetzt das machen? Wir machen hier Totem. Sprint. Sprint. So. Gut. Also der Totem greift so mit einem Feuer, äh, Blammenwerfer an. Und der tut einfach Gegner auch ein bisschen anlocken. So. So jetzt. Ja. Und hat auch noch so einen brennenden Boden, stimmt. Seit Jahren. Ein paar Patches. Ein paar vieleren Patchen. Patches. So. Also. Ja. Jetzt gehen wir natürlich weiter. Jetzt kommen wir auch ein bisschen schneller vorwärts. Ich muss das dort durchgehen. Wenn ich immer die erste Wahl einfach misswachte. Und dann ist dort. Okay. Anknüpfschwimmen langzeitig. So. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel weniger nervig. als Nahkampf. Äh. Genau. So. Oh. Ich habe einen Crash. Mist. Das ist jetzt nicht so gut. Es gibt noch Crashes in diesem Spiel. Wirklich? Dein Ernst? Ja. Einfach so. Das Spiel beendet. Keine Fehlermeldung. Nichts. Okay. Ja. Sonst gibt es eigentlich Fehlermeldungen. Oh nein. Die Minimap ist wieder so dick. Okay. Jetzt müssen wir das blöde Zeugs wieder laufen. Okay. Wenigstens sind die Zombies noch hier. Also. Ich öffne es hier. Äh. Wie sehe ich jetzt auf die Minimap wieder? Das ist so dumm. Moment. Das tut mich jetzt gerade ein bisschen nerven. Jetzt tut doch das Speichern. Weil ich wahrscheinlich gecrashed bin, hat es das nicht gespeichert. Naja. Gut. Dafür. Dann wissen wir, wo wir durchlaufen müssen. Genau. Ja. Tun wir nochmals. Oh. Jetzt ist weniger. Schwierig. So. So. Was war das jetzt? Irgendein Zombie hat so eine Hilfe gemacht. Da wird er gestorben sein. Dann genügen wir, dass er voll die Zange ist. Jo. Hier in diesem Level einfach geradeaus gehen. Also. Im Weg folgen. Nicht geradeaus gehen. Weil es ja nicht wieder Kurven macht. Genau. Ja. Also es ist wirklich jetzt nicht gerade so eine mega gute Liga. Es gibt Probleme. Also die Spiele sind manchmal nicht so glücklich. Klar. Aber für mich geht es ja auch um die alten Neuerungen und so. Es ist jetzt nicht so wichtig, ob jetzt diese Liga viel Content hat und schönen Content hat. Weil die anderen Features sind ja auch ziemlich neu. Manchmal. Ja. Oder überarbeitet worden. Ich will einfach Spass haben. Und ihr werdet wahrscheinlich auch Spass haben. Wenn ihr das Spiel nicht so kennt. Wenn ihr das Spiel kennt. Ja. Weiss es nicht. Was euch interessiert. Klar. Habt ihr sicher Spass. Was euch jetzt nicht so angeht. Wie wir ein anderes Schauen schauen. Ja. Ja. Minecraft ist momentan ja so beliebt. Transport Fever ist beliebt. Und ähm. Ja. Goat Simulator ist zum Beispiel sehr beliebt. Ähm. Zum Beispiel Last Epoch. Da habe ich viel weniger Zuschauer momentan. Weil die meisten entweder spielen. Oder halt nicht unbedingt. Äh. Interessiert sind. Auf das Spiel. Und halt einfach. Ja. Die Konkurrenz eigentlich immer noch ziemlich gross ist. Und die haben auch wenig Zuschauer. Es ist einfach. Wird nicht mehr so gerne geschafft. Keine Ahnung. Ich kann gerne mal etwas dazu sagen. Wenn ihr wisst. Wieso das so ist. Ähm. Jo. Ich bin einfach jetzt dort. Wo ich jetzt gerade nicht so schnell vorwärts komme. Ich habe jetzt einfach kein Bild. Wo ich da noch bisschen Blind zocken könnte. Ich müsste eh eventuell ein Warlock starten. Oder einen Falconier. mit diesem Gift Trunk. Der nachher auf Eis mit dem Unit verwandelt wird. Ist ziemlich geil. Aber nur. Jo. Ich muss jetzt einen finden. Dann machen. Zuerst einmal. Einen finden. Einen guten Bild davon. Und sonst. Äh. Jo. Hätte ich schon Lust. Natürlich. Auch mit Passifix. Äh. Ja. Viel mehr zu machen. Auch zu Livestreamen. Ich denke. Ja. Ich kann vielleicht heute Abend mal ein Livestream starten. Er kommt aber spät. Weil ich eben beim Vater bin. Ja. Dann machen wir nicht so viel Schaden. Ja. Ist ein bisschen doof. Ja. Geht. Jetzt. Jetzt wie viele habe. Ja. Droppen tust du nichts. Ja. Oh ja. Den Toten habe ich ja nicht vergessen dorthin zu packen. Nein. Klar. Der hätte noch ein bisschen Schaden gemacht. Aber sehr wenig. So. Und mir geht es ja immer darum. Irgendwas zu erreichen. Also. Ich bin so mega motiviert. Hackenslays zu spielen. Bis ich irgendwas erreicht habe. Und das kann wirklich etwas grosses sein. Habe ich zum Beispiel bei. Äh. Ding auch so. Ähm. Also bei Path of Exile. Ist es meistens irgendwie Hubris oder so zu finden. Ähm. Jetzt. Denke ich mal. Ja. Also Hubris Circles. Um. Zum Beispiel hier. Für diesen Beet. Ein gutes Unique zu haben. Glaub ich. Ja. Diesen Beet. Und. Ähm. Äh. Ich weiss nicht wie der andere heisst. Al Abis. Oder Al Abis. Oder sowas. Ein Ring. Der die Projektil zurückbekommt. Komm. Ich weiss nicht genau wie er heisst. Aber irgendwas ähnliches. Und. Der ist dann für einen. Icicle Mines. Bild. Glaub ich. Und sonst. Äh. Weiss ich nicht was ich noch machen. So in dieser Liga. Natürlich der Content. Einfach so weit wie möglich schaffen. Zum Beispiel. Delfen. Wäre noch ein Ziel. Und in Last Epoche. Ist ja immer schon das Ziel. Einfach Corrupted zu spielen. Und dort. Ja. Zum Beispiel Jura noch machen. Ist das sozusagen. Der End 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 Bus. Der höchste Bus. Und sonst weiss ich auch nicht mehr. Was ich noch machen soll dort. Also die Motivation ist eigentlich wirklich. Ja. Im Circle weit genug zu kommen. Und. So zum Beispiel noch. Ein Circle. Fertig machen. Ein Circle. Vertunen. In Minecraft ist es zum Beispiel. Da diese rohen. Blöcke zu abzubauen. Nur abzubauen. Und zu. Bauen. Oder zu. Sammeln. Äh. Roher Eisenblock. Und roher. Kupferblock. Genau. Und sonst. Ja. Dort habe ich einfach. Das Bauen als Ziel. Oder. Und zum Beispiel. Bei Transport. Für welche. So eine schöne. Große Map. Wie möglich machen. Mit den Städten. Sie einfach so gross. Wie möglich machen. Und. Soll ich strecken. Nein. So ziemlich. Optimieren. Also bis es nicht mehr geht. Genau. Sonst weiß ich ja nicht. Was ich so. In anderen Spielen. Gerne mache. Ähm. Zum Beispiel. Medieval 2. Eras. Total War. Dort bin ich einfach gerne. Am erobern. Natürlich. Und dann. Wie mit. Assassinen spielen. Und mit. Einfach. Dass es den. Dörfern. So gut wie möglich. Geht. Also zu Städten. Und mit verbohlen werden. Dann. Also ich habe immer. Gewisse. Ziele. In Spielen. Und. Dann fertig. Möchte ich mit den Spielen. Nie werden. Also. So lange. Wie möglich. Die Spiele. Und genauso viel. Spass. Immer auch. Zu haben. Wie ich eigentlich auch. Immer habe. Die Spiele. Immer so viel. Spass. Ich weiß. Dass ich sie. Immer wieder. Dringend. Zocken möchte. Und zwar. Auch. Passive Exile. Wo. Ich nicht. So gut. Bin. Momentan. Ja. Motiviert. Mich sehr. Es ist. Einfach. Stressig. Oder. Es ist. Nicht. Schlecht. Sondern. Stressig. Dann kommen jetzt. Da. Die Pferde. Die Pferde. Die Pferde. Ja. Also. Da haben wir live. Dann machen wir doch mal live. Das schützt uns sehr. Jo. Und dann haben wir das Gefängnis. Erreicht. Dann machen wir einfach mal random. So. Jo. Wir gehen noch zurück. Um einen Spell zu holen. Also. Ich glaube. Eine Aura. Oder so. So sollte ich holen. Ich hole noch Cleric. Das müssen wir noch equipen. Und wir haben so einer von diesen. Genau. Korrekturpunkten. Was. Mit dem passenden. Ski. Trees wäre. Sehr gut. Ich finde das Beding ist sehr schön. Habt ihr das gesehen? Mit dem Lager in der Nacht. Entflammen. Streuschaden. Adler. Splitschern. Feuerschaden. Feuerschaden. Ich weisse. Ich hole mal Feuerschaden. Einfach so. Mit diesem. Glaub ich. Ich muss. Ich muss. Äh. Intuitivität. Aktionsrolle. Ähm. Genau. Ich nehme. Kreaturen Schaden. Ich glaube. Ich muss ihn mal suchen. Und. Feuerschaden. Dann nehme ich noch Blitzschaden. So. Die tun wir hier rüber. Streuschaden möchte ich gerne noch equipen können. Wie kostet. Wie kostet. Es kostet jetzt viel mehr Mana wahrscheinlich. Aber gut. Ja. So. Entwein haben wir hier. Und. Keine Wurge. Hatten wir auch hier. Nicht unbedingt dort. Dann haben wir sicher noch einen guten Gürtel. Dankeschön. Schaden. Genau. Ich brauche doch. Nicht Streuschaden. Nein. Ich brauche. Äh. Kreatur. 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 Das Geld beschwören wir noch nicht. Die Kreaturen Schaden. Habe ich hier noch irgendwo einen Kreaturen-Skill. Was haben wir genau. So. Rolling Mappen brauche ich eigentlich nicht mehr. Kreaturenleben. Würde ich ja gerne manchmal verwenden. Und sonst. Äh. Was machen wir noch. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Äh. Ja. Wir müssen noch mit dem reden. Genau. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.